Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu den Let's Play The Forest, mein Name ist Fogator und mit mir spielt der Silly und der Emunius. Lexico Luigi. Ja, Lexico Luigi. Was, Lexico? Was, Luigi aus Mexiko? Mexikanische Luigi, ja, genau. Jawohl. So, vor allem, wir befinden uns jetzt in diesem geilen Update, was übelsten Stress schiebt, angeblich. Also, bei uns noch nicht. Also, bei uns sieht noch alles ganz gut aus, so wie es vorher war. Es geht, ja. Nur, wir können unsere Sticks und Rocks und Dings alle nach Belieben vervielfältigen. Ja, ich habe jetzt hier einen Stickholder, da kommt ein Rockholder hin. Danach kommt noch ein... Ja, dann können wir das mal machen, ne? Ich hänge noch mal ein paar Beine und Arme auf, die kann man ja, by the way, auch da hinpacken. Stickholder. Ach, jetzt kann ich auch wieder alles essen, das ist gut. Ich kann die doch nicht hinlegen. Vorgator, kommst du mal her? Ja, sofort. Ich bin sofort bei dir, Warte. Was tust du da? Was machst du mit deinem Stock? Drück mal eh auf, drück mal eh. Die ganze Zeit eh, so wie ich auch. Mach mal. Irgendwie klappt das nicht, ne? Doch, jetzt, jetzt geht's los. Ich mach noch mit, ich mach noch mit. Weiß, wieso? Was ist da los? Das ist das neue Update. Jetzt alle aufhören, guckt euch, was das... Wo ist das Zeug hin? So. Ihr macht ruhig weiter, ich baue mal weiter. Was soll ich tun? Kann man doch jetzt irgendwo welche auffüllen, ne? Immer eh drücken. Wo ist das Ding jetzt um auffüllen kann? Da, C. Deine? Hast du zweimal Steine gemacht? Ne, jetzt stickst du noch mehr. Erstmal alles rein. Erstmal, solange das Update noch ist, müssen wir es ausnutzen. Erstmal alles vollpacken. Aber wie funktioniert das mit diesem Wettbewerfer tausendfachen? Ja, das ist irgendwann... Keine Ahnung. Ne, dein Inventar muss voll sein. Du musst dein Inventar voll haben. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Stick dann aufnehmen willst, lässt du ihn ja einfach wieder fallen, weil dein Inventar voll ist. Und wenn du das mit zwei machst und wir das die ganze Zeit hin und her machen, kriegt der Server irgendwie knacks und dann ist das übelgeil. Genau, und jetzt machen wir uns Lock Holder hier hin, auch mit Sticks. Kann doch jemand seine Sticks voll machen und einen hier herbringen. Und dann machen wir die Lock Holder voll und dann können wir schön was bauen. Ja. Emo, das ist so wie diese, was wir schon mal hatten, ne? Ach ja, genau, mit den Locks. Mit den Locks, da hast du das in zwei Stück in den Wagen gelegt, noch waren sie von mal drei. Ja, und irgendwann war das unendlich viele und wie. War gut. Blau. So, ich habe jetzt wieder zehn Sticks, brauchen wir noch ein paar, dann machen wir die Dinger noch voll. Ja. Dann hast du noch alle voll? Ja. Na komm her. Muss bis einen hinschmeißen irgendwie. Ach so, scheiße. Warte mal. Da müssen wir kurz in... Hier ist einer. Alles klar. Emo, alles aufsammeln, ja? Ja, wie bei der Zeit. Oh Mann, ey. Wenn du voll bist, bau einfach. Genau, wenn du voll bist, bau. So. Hier noch ein paar, wunderbar. Ach so, scheiße. Ich darf ja nicht bauen. Fällt mir gerade ein. Das geht ja alles nicht. Oder soll ich bauen? Ja, bau du. Die Dinger fertig machen. Warte mal, ich bin jetzt... Ja, ich habe wieder zehn Stück, alles klar. Wollen wir noch einen hier liegen? Ja. So. Ja. Die Maschine geht weiter. Dann läuft das. Er keult auch ein bisschen rum. Ja, wir sind ja. Das ist ein schönes Massenvervielfältigungs-Dings. Pass mal auf, jetzt merken die das mit dem Update, machen das weg. Und alles, was man gebaut hat mit dem Update, ist nicht mehr vorhanden, ja? Wow. Nee, glaube ich. Das wäre irgendwie... Alter, guck mal hier! Wie geil ist das denn? Scheiße. Mehr aufnehmen. Dann haben wir noch Karol der Bauern. Ja, sicher. Mal mehr. Wie wir passen denn da rein? Keine Ahnung. Mach. So läuft das hier, Jungs. Also, heute wird nicht viel passieren. Wir werden nur alles vervielfältigen, was geht. Und wir werden uns einfach einen Vorrat des Todes schaffen, hier. Alter Junge, das müssen wir alles umzäunen, ne? Okay, wir müssen lang... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir müssen wieder Sticks produzieren. Wir haben ja nicht mehr so viele. Wie geil das ist! Jetzt stellt euch dieses Geräusch mal vor, einfach alles in doppelt. Alles zwölf-millionenfach, meinst du? Ach du Scheiße. So ist das jetzt bei dir, oder was? Ja. Warte mal, hier ist auch noch irgendein... Wir schwimmen! Jetzt, pass auf! Weißt du, was das Gute ist? Wir brauchen jetzt Baumstämmen. Wir müssen halt alles fertig machen, ne? Wir brauchen jetzt Baumstämmen. Jetzt brauchen wir Baumstämmen. Schaffen wir das mit den Baumstämmen auch? Probieren wir jetzt. Ja, oder auch mit den Baumstämmen. Oh, ich glaub schon. Warte mal, guck mal, dass wir irgendwo... Achtung, Achtung, Achtung! Oh, shit! Da war ich zu spät. Danke übrigens für den Baum, ne? Über mein... Und wie machen wir das mit dem Baum? Jeder nimmt zwei Stück in der Hand und dann kannst du den dritten aufnehmen. Achso. Ja, ihr seid ja Lappen. Jeder einen, wach? Scheiße. Warte mal, leg die mal oben neben ein Lockhole oder so. Sitz. So. Blueberries Collective. Ich mach mal hier noch einen Baum, ne? Wo? Du machst einen Baum? Ich mach einen Baum, ey. Ich baue schon mal, bereit schon mal einen Baum vor. Yeah, ich hab zwei. Ja, ich komm auch noch mit zwei. Dann passt es ja. Habt ihr alle zwei? Äh, warte mal, der Emo muss einsammeln, ne? Dem Emo, du musst dann einsammeln, ne? Best optimalerweise. Genau. Ich bin verwirrt. Warte mal. Warte mal. Ich hab zwei. So, silly, ich bin hinter dir. Ähm, wo? Ne, warte mal. Wir haben... Da, da. Ah, jetzt. Komm. Oh, da fliegt das Zeug in der Gegend herum. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Geil. Immer schneller. Du musst loslegen. Sag mir, was das Zeug hält. Woooo. Oh mein Gott, frames. Schneller. Oh, ich werde weggekriegen. Die Öko. Ich fliege, ey. Ich bin tot. Was? Was? Ich auch? Wo bin ich dir grad gegengeschossen? Ich bin geflogen. Ich bin auch irgendwo gegengeballert. Da müssen wir aufpassen. Wir dürfen, glaub ich, nicht auf die Dinger drauf. Geil. Dann bist du auch geflogen, silly. Nö. Aber ich? Ganz lustig. Haha. So, warte mal. Wir müssen erstmal hier... Erstmal alles einsam. Erstmal aufräumen hier. Erstmal aufräumen und dann... Wir leben einfach in Saus und Braus hier, ey. So, Leute. Ne, warte mal. Nicht da hin. Läuft. Immer nur zwei. Jetzt brauchen wir noch einen Lock. Ach, hier sind ja noch mehr. Ach ja, hier. Okay. Alter. Alter. Wie geil das einfach aussieht. Warum hab ich denn so wenig, Jungs? Was? Lockhole, ne? Ne, Locks. Jawoll, ey. Volles Programm, ey. So, das ist jetzt unser Eisener Vorrat, sagst du? Ja, jetzt machen wir noch mal so ein paar. Wie gerade eben und dann bauen wir unsere Hütte erstmal fertig. Ja, stimmt. Unsere Hütte muss jetzt... Warte mal, die ist doch... Ach, zwei. Die ist noch nicht fertig. Warte mal. Die können wir mit... Ja, gut. Die können wir mit... Ja, gut. Die können wir mit... Ja, gut. Und Action. Okay, ihr macht das. Ich mach die Hütte fertig. Du musst auch E drücken die ganze Zeit, genau. Jawoll, da fliegen sie schon. Oh, der ist bis nach hinten geflogen. Ich helfe mal kurz mit, wa? Irgendwie geht's definitiv besser. Oh mein Gott, gewickelt und das doppelt. Oh mein Gott. Bäh. Ein Vögelchen. Nein, ich fall... Ne, doch nicht. Ein Vogel sitzt auf meiner Hand. Also, ich darf jetzt einfach nicht wegfliegen, sonst bin ich tot. So, Kyrus, lang, 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 lang. Langt erstmal. Du bist ein Witziger, ey. Warum kann ich denn hier nicht bauen? Warum kann ich nicht mehr rennen? Achso. Ähm. Oh, was zu essen? Warum kann ich nicht mehr rennen? Warum kann ich nicht bauen? Ah, vielen Dank, wer auch immer da gerade über die Brücke gerannt ist. Hat mich gerade hier runtergestoßen, der Lappen. Bitte. Ich bin unterliebt. Hä? Ich laufe dann einfach nochmal hoch, ne? Ist ja kein Act. Oh ja. Ja. Ah ja. Jetzt weißt du nur, weil er der König der Baumstämme ist, hier, ne? Wird er gleich... Wird er gleich der King hier, ja? Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Speak to the hand. Speak to the hand. Ja, wir haben es ja, ne? Wir haben ja... Wir haben ja jetzt die letzten paar Tage richtig hart gefarmt, ne? Wie man hier sieht. Im Größengewicht wird vor allem auch da irgendwie so... Blah. Und... Und weißt du, was wir machen direkt? Wir machen dann noch eine zweite Plattform nebendran oder so, oder? Die können wir doch easy hochziehen einfach, wenn zwei hier verdoppeln und der andere zieht. Und der andere baut einfach, dreht sich einfach immer nur um und klack, 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 weißt du? Das heißt, ich bin schon fertig? Hä? Ne, warte mal, warte mal, irgendwas passt da nicht, oder? Ist das jetzt schon drauf? Oh, hi. Oh, ne, doch, ist es drauf. Ist es weg? Hey, Emo! Was denn? Drück mal E! Ne, geht nicht. Ne, geht nicht. Aber wir haben gar keinen, wir haben keinen zweiten, äh, fünften Lok, zweiten drinnen. Äh, äh, bin verwirrt. Oh ja. Schmeiß dir deinen Baum schon mal in den Kopf. Was ist denn jetzt hier mit dem Dach? Weiß ich nicht, das geht grad irgendwie nicht. Ich lass die Scheiß einfach hier drin liegen. Moment. Hä? Einfach liegen lassen. Ich pack die mal wieder alle hier rein. Oh, ach, die sind alle voll? Wir haben zu wenig Platz. Ich mach mal eben noch ein, äh, wir haben zu wenig Stickholder, Leute. Äh, Lockholder. Ne, kein Lock-Sled, äh. Das sieht man irgendwie jetzt seit neuestem so schlecht, da wo jetzt was hingebaut worden ist. Hä? Warum geht das jetzt nicht mehr? Scheiß. Dann mach halt, dass man es besser sieht. Moment, da muss ich jetzt irgendwie C drücken oder so, ne? So, und jetzt? Warum baut... Ach ja! Ah, okay. Was denn? Okay, ich hab's hingemacht. Hast du? Ist sogar jetzt ein Spitzdach. Boah. Wie cool aus. Wie spitz? Ja, nicht ganz so, aber schon ein bisschen. Voll schräg! Oh, okay. Geil. Ey Silly, kannst du mal ganz kurz, äh, kannst du mal ganz kurz das Kaninchen da töten in der Falle und die wieder aufstellen? Alter, wie geil. Das arme Kaninchen. Alter, wie schief das einfach ist, ohne Spaß. Ey! Handy raus! Ne! Nämals! Können wir nicht während der Aufnahme das Handy laufen lassen? Natürlich! Ich bin nicht in der Kirche! was ist das kenne ich nicht kirschen hätte ich aber was kirschen was kirschen nein kärt jetzt ob auch diese junge ach ist es das immer in brand stecken anzündet ja genau so herrlich da ist schon fertig drei mann effizienz des todes ist nicht machst du willst du bist doch der profi hier in dem architektonischen kram machst du noch eine zweite plattform dahin und wir ziehen die hoch eben unten musst du wie hochziehen wir ziehen die im krasse hoch wir gehen jetzt runter nehmen zwei baumstämme mit so moment dann erst mal sehe ich nicht erst mal siehst du nichts okay ich sehe auch nichts geschuldigt wo sind denn die dinge zum machen wir jetzt sehe ich nichts mehr weil meine baumstämme im weg sind und mein kopf war die hell das einfach ist doch nicht bist du denn hin ach bist du darunter geballert kann man mich hier leben ja ja kann man kann man bleibt da bleibt macht nichts ich mache nichts ich mache nichts jetzt bist du wieder da okay so wo ist jetzt mein zweiter baumstamm bin ich glaube der ist hier der ist ja den stein reingefallen hat passiert nämlich einfach den das den kopf verloren ich habe ein kopf war ihre hinterlaken kopf der ist herausgerollt nachdem du da mit dem mit okay das heißt hier soll ich bauen ich weiß nicht hier so wo ich stehe was du so irgendwie so langsam hier so rüber gehen weißt du dass wir von da aus dann quasi eine base haben und hier so unsere weiß ich verarbeitungsplattform die dann so langsam in die richtung geht ach so von da darüber weiß ich nicht ja genau ja von hier so hat nix du kannst auch du kannst auch von hier aus rüber also von von dieser stelle aus das wird eine riesen hängebrücke wenn das funktioniert scheißegal wir haben noch unendlich ich meine das sieht wahrscheinlich voll komisch aus warte mal ich guck mal bin ich nicht ja ich kann es ziehen wo ist denn das teil jetzt da wo es geht es geht alles klar dann packt ich habe holz hier hinter mir liegen noch welche warte mal eben du hast du auch welche wir sind das 60 stück ach hier liegen noch zwei runter geschmissen so eben muss dein fall du musst entfallen lassen und du du baust die dann hoch ja wir machen jetzt einfach hier action okay du was los mit ihr jetzt 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 ok aber schneller solange das update ist müssen wir hoch das war ich gas geben also wir haben sechs tage zeit ich habe das nächste mal update wird er ist dann gemacht ich denke mal dass es dann erst gefixt wird wenn die nächste das nächste update rauskommt das ist durchgehen die ganze zeit nur bauen aufnehmen oder ist das doch schon ein bisschen sinnvoller ja dann müssen wir das jetzt gesagt es ist ja kein cheat er nutzt nur das spiel aus das ist das ist kein pakt das ist ein future genau das klingt cool ist das ding schon fertig warum nicht immer noch nicht aber ich glaube es kommt langsam da machen wir vorne noch irgendwie eine treppe hin ja erstens das und noch eine plattform ist also ich habe nicht geschrieben es kommt so mit kritik was macht er hier habe ich schon genug wir brauchen auch zehn da liegen noch ein paar noch ein paar das ist das land aber noch nicht noch viel stück übrig sind ich habe ich habe noch zwei auf der hand ich warte auf euch ok let's go auf vielfältigung so läuft das ich muss mal gucken ob die anderen loks oben überhaupt noch da sind ich dass es auf einmal irgendwie wieder verschwindet wir wollen es hoffen oder wir wollen es nicht auf bist du bist du gerade auf die brücke aber verschwindet haben wir es geschafft keine ahnung zwei drei minuten eine komplette brücke mit 60 glocks gemacht aber ich habe das verbrauchte energie vor aber ganz schön ich gehe zuerst da hoch nein